Wie gestern versprochen, wo wir an der Schunta waren, sind wir heute an der Oka und schauen uns das jetzt hier mal an, wie hoch hier der Wasserstand ist. Schaut mal, ihr könnt das sehen. Ja, das ist ein bisschen mehr als sonst, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, wirklich dramatisch. Ich bin hier öfter mal, fahre hier mit dem Fahrrad hier lang und deshalb weiß ich, wie voll die Stände immer sind. Im Sommer war es natürlich wirklich um einiges weniger, muss man sagen. Das hat jetzt schon ordentlich zugenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, das ist sehr, sehr dramatisch. Wenn ihr jetzt seht, hier haben wir natürlich, geht es sehr steil runter, das wird, glaube ich, über die Kamera gar nicht so bewusst, aber wenn man hinten aufs Ufer guckt, ist ja auch noch ein bisschen Platz, bevor da was passiert. Also hier würde ich sagen, bei der Oka noch soweit alles okay.